Hey ihr ollen Nest-Schubser, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Wir haben letztes Mal den Uhu besiegt, unseren Ziehvater. Ganz schön fieser alter Knochen war das. Und jetzt verbessern wir erstmal unsere Angriffskraft. Ja, der große Shinobi Uhu wollte um jeden Preis die Macht des Drachenerbes erlangen. Na los, lass deinen Namen, lass deinen wahren Namen in den ganzen Japan erklingen. Alles nur um seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Ja, cool, Angriffskraft wurde erhöht. Ja, ich muss dazu sagen Leute, ich bin immer noch krank. Also falls ich so ein bisschen Defizite zeige in Kommentierung oder Spiel, dann liegt das daran, dass ich echt hoch Fieber habe. Ach ja, nicht so wild. Das wird schon. So, also schön, dass ihr dabei seid. Und wie immer vielen lieben Dank für das Feedback, bewerten, kommentieren und so weiter. Sehr geil. Aktivieren wir dich auch nochmal. Figur des Bildhauers. So, dann, ach Emma, die ist auch immer da, wo gerade irgendwie was los ist, ne? War sie nicht eben noch bei Isshin? Oh nein, hängt sich das Spiel jetzt. Okay, das Spiel hat sich aufgehangen. Cool. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich mein Uhu ist tot, ne? Okay. Genau, ihr habt ja schon geschrieben in den Kommentaren, dass ich mal wirklich darauf achten soll, wie Emma-san sich dann auf einmal bewegt hier, weil immer wenn ich gerade nicht hinschaue, oder angeblich bewegt sie sich dann einfach mal hier durch die Levelgebiete, wenn man nicht so ganz genau aufpasst auf sie. Keine Ahnung. Ist schon ein bisschen seltsam, eben war sie noch bei ihr schien, auf einmal ist sie hier unten, ich glaube. Sie hat auch so ihre Skills, von denen sie uns natürlich nichts erzählt. Ich glaube, es ist ein bisschen viel mehr zu tun. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr zu tun. Okay, das war's schon. Ähm, ich glaube es geht noch weiter mit ihm, aber ich will erst noch mal kurz gucken, ist sie jetzt wieder bei Isshin? Das wäre jetzt der Wahnsinn, wenn sie so schnell ist, dass sie schon wieder rüber gerannt ist zu ihm. Kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen, oder? Emma-san? Nee, er hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Das ist ja so. Der Krieg der Krieg zu halten. Ich habe es verletziert. Ich habe es verletziert. Ich habe es verletziert. Sekiro, ich werde nicht vergessen. Ich werde es verletziert. Ich werde es verletziert. Entschuldigung? Okay. Das hatten wir also jetzt alles. Die ganzen Dialoge sind ausgereizt. Wo war es denn? Hier ist eigentlich der Durchgang, oder? Genau. Aha, sie ist immer noch da. Na einmal san. Oh, ich kann die... Oh. Ja, das habt ihr gesagt. Einfach mal die beiden belauschen, wenn es geht. Wie tu, was nötig ist. Mit mir wird da gerade geredet, bitte. Ah, ich habe ja noch den Reis, genau. Ah, den Reis, genau. Das hat sich hier so angeht. Der Wissen, wenn man dem Reis... Oh, ich habe das Recht. Das ist einfach dran. Die Reis. Das ist schön. Das ist eine AnDJ-Zuhe. Das ist eine instructive Kommen. Das sieht sehr emotional. Das ist echt... Das hat sich so gut geket. Und das ist das Kameutbilder. Drei, der獣? Wird man so süß? Ich würde es essen. Ich würde es essen. Ich würde es nicht so süß. Entschuldige. Es ist ein gutes Essen. Ich habe das Essen für das Essen, mit einem guten Essen, ich werde es dir lieb. Okay, er macht mir was leckeres daraus. Ich bin immer gespannt. Ich reise mal ganz kurz noch zum anderen Fleck hier zurück. Zum Dojo oder ne, doch zum Dojo. Ich glaube hier kann man ganz gut farmen. Also hier kann man ganz viele abstechen von hinten. Das geht dann ratzfatz oder vielleicht doch besser Vorzimmer. Ich weiß gar nicht. Hier das Dojo. Erstmal den Halunken hier beseitigen. 51, 392. Ne, das ist nicht so viel jetzt, weil ich dachte, wir gehen mal hier zum Vorzimmer. Wie geht es darum da unten, wo der, wo der Ogre war, der mit den roten Augen. Aber wenn ich vorne raus geht, da kommen mir diese, diese drei Typen mit den roten Katanas. Und die müsste ich eigentlich wunderbar abschlitzen können, du. Leider gibt es ja keine brauchbaren Händler mehr für mich. Jahre alt. Doch. So. Whoa. Whoa. Jetzt ist das nicht passiert. Oh, da hab ich nicht getroffen. Ey. Ihr seid doof. Ah. Ach ja, warte mal. Das war ja was. Seht nur, wenn man sich von hinten absticht, oder? Oh, ich hab ein Level Up. Das wollte ich eigentlich nur. Ich wollte nur schnell drei Skillpunkte haben. Hat mich da draußen... Ach, draußen hat mich was gesehen, okay. So, deswegen rasten wir auch kurz und holen uns noch ein paar Fähigkeiten. Na gut, den hier jetzt nicht, den Schattensturm. Ah, dafür brauche ich halt noch eins. Oder Doppel-Igimonji. Nee, eigentlich auch nicht so wirklich. Ich benutze den normalen Igimonji nicht wirklich oft. Oder das hier. Nee. Oder, 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 oder nee. Oder nee, 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 nee. Ach, verdammt. Seht mal, dafür bräuchte ich den hier auch noch. Wo habe ich denn eigentlich den dritten Effekt jetzt? Ich habe doch einen Effekt bekommen, dass ich den dritten Baum noch freischalten kann. Ich nehme mal das hier jetzt, oder? Das hier. Auch egal. So, jetzt habe ich 18. Das ist eigentlich schon ein bisschen lächerlich. Für so viele Punkte kann man immer nur ein Papiermännchen mehr freischalten. Ja, das ist schon ein bisschen, ne. Ja. Ein bisschen wenig, ne. So. Ich gehe nochmal zurück zu Kuro. Oh, altes Grab. Wo war das denn nochmal? Ja, aber da musste ich auch in der Mitte hier runter. Warte mal, das werden wir erstmal freischalten. Ah, aber warte mal, vielleicht ist der, ist der Dachs ja wieder da. Der schwarze Dachs. Das könnte sein, hm? Das könnte sein, hm? Ja. Hey. Whaaa. Hey. Haha, der ist wieder. Ey, ey. Ey, ey. 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 Ah. Oh, komm schon. Ich hasse diesen Bekiri. Quatsch. Stirb jetzt. Wie es halt manchmal klappt und manchmal wieder nicht, ne? Ich finde das leider ein bisschen ätzend. So. Hier ging es aber auch nicht zum alten, ja doch. Ne. Da ging es denn jetzt zum alten Grab, sag mal. Ups. Oh, geht der wieder hier hoch. Wollte gerade sagen, die gehen doch eigentlich da runter. Oh, die geben schon gut Zeug, ne? Wollt. Ups. Das war's. Ja ja ja. Da ist dir gegönnt, du Schwein. Da ist dir gegönnt. Gegen zwei. Ich weiß, dass mit dem Backstab nicht so ganz funktioniert. Ach man, wo gehst du noch mal zu dem alten Grab, Kinder? Das alte Grab. Wie gesagt, wenn nicht geh, ich halt noch mal hoch zu Kuro und quatsch mit dem. Ach, ich weiß, wo. Ja, ich bin echt stärker geworden. Das hat früher nicht so einfach geklappt mit einem Stich, glaube ich. Wie gesagt, ich will gucken, ob der schwarze Dax hier noch ist. Auf dem Weg noch ein bisschen Geld verdienen, ist ja auch nicht verkehrt. Sagen wir es doch. Ja. Guck mal, jetzt sitzt der echt da oben drauf, der Sack. Das Kanonenschwein ist immer noch hier, oder? Mal gucken. Okay. Ne, er ist nicht mehr hier. Ach, genau. Boah. Er hat sich jetzt ernsthaft selbst gekillt, ja. Wer auch. Ihr Arschgeigen. Hast du diese Typen? Die sprengen sich einfach mal selbst in die Luft. Das ist ja da unten drin. Warte mal. Ist doch eine offensichtliche Falle hier mal wieder. Ne. Der war doof. Der war doof. Wie, wie konnte? Was wollte der? Unmöglich, wie konnte? Ja, wie konnte ich dich besiegen, du kleiner Wicht? Ekelhafter. Trotzdem, wo ist denn der Dax? Er sagte ja, er geht dann zurück zum Schloss Aschina, aber wo? Ja, wo ist er im Schloss Aschina? Oder war das nur so ein Spruch, dass er jetzt gar nicht mehr auftaucht? Vielleicht sogar? Nun, also hier ist er nicht. Wo soll er sich aber sonst versteckt haben, der kleine Sack? Wie gesagt, vielleicht hat man seine Questline jetzt schon erledigt und er taucht dann einfach gar nicht mehr auf, weil ich auch schon alles von ihm gekauft habe. Oder aber er befindet sich irgendwo unten, ja, so zwischen den Gebäuden irgendwo versteckt. Oder noch besser, ich habe ihn jetzt einfach noch nicht gesehen, als ich hier rumgelaufen bin. Kann ich mir jetzt aber nicht so ganz vorstellen. Ne, also hier ist er einfach noch auch nichts. Ne. Okay, dann hat sich das halt erledigt mit dem Dax. Guti, dann gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück zu Kuro. Vielleicht hat er mittlerweile was Süßes für uns gemacht. Er sagte ja, er macht mir was aus dem Reis. Jam, 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 jam. Süßer, süßer Reis. Ich werde mal nachschauen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, wo der Schwarzhutdachs ist oder ob sich das erledigt hat. Aber vielleicht, wenn ich dran denke, vielleicht denke ich halt wieder nicht dran. Wird ich mal nachsehen, ob er sich jetzt irgendwo hier noch rumtreibt und vielleicht was zu verkaufen hat, weil ich habe so viel Geld. Das sollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt wieder für irgendeinen Schmand ausgeben. Ach, warte mal, zum Verlass und Verlies eventuell noch, ganz kurz. Ganz, ganz kurz, weil da ist ja noch ein Händler. Aber ich glaube nicht, dass die neues Zeug haben, das hat sich nicht aufgestockt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Mal kurz gucken. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Nee, hat nichts Neues. Ich würde gerne mal wissen, wo ich jetzt das letzte Maskenstück herkriege für den Drachen. Vielleicht bekomme ich das ja gar nicht für die Drachenmaske. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Trotzdem, ich finde es sehr krass, weißt du, Emma, jetzt nochmal, um auf Emma zurückzukommen, wie schnell sie sich von A nach B bewegt hat. Das ist doch irgendwie ein bisschen seltsam. Und auch der Shirobi-Meister ist jetzt weg. Der mich gefragt hat, ob ich da irgendwo eine Technik gemeistert habe. Seht ihr, und schon wieder ist sie weg. Aber bevor ich zu Kuro gehe, vielleicht kann ich die beiden auch noch belauschen. Und sie ist nämlich hundertprozentig jetzt hier bei Isshin, wo sonst. Oder sie ist wieder mein Bildhauer. Ne, ihr seht ihr, sie ist nicht da. Ist doch gar nicht die Frau, ne? Sie ist nicht einfach nur eine Ärztin. Sie ist... Vielleicht sogar gefährlich. Vielleicht... Hm. Das wisst ihr ja gar nicht, aber... Wenn man Ginichiro am Anfang nicht besiegt... Oder wenn man ihn besiegt, dann bekommt man nämlich einen Shuriken ab. Der einen ablenkt und der hackt einem sowieso den Arm ab. Also man kann das gar nicht. Vielleicht schaffe ich das beim nächsten Mal, ja? Wenn ich es nochmal spiele. Oh, süßes Reisbällchen. Ein süßes Reisbällchen, das Kuro mit dem Reis des göttlichen Kindes gemacht hat. Gewährt eine langsame, mittlere, wieder Vitalität und anhaltende Haltungserholung. Einmal als der Wolf hungerte, reichte ihm sein Vater wortlos ein Reisbällchen. Es war erstaunlich lecker. Ja, dieses ist wahrscheinlich genauso gut. Oh, ich will mir das ehrlich gesagt aufheben. Oh, warte mal. Der hat mir zwei gegeben und eins ist im Lager. Gut. Ja. Okay, das wars, wa? Hä? Was gibt es aber jetzt noch zu tun? Warte, ne, ich will doch, aber ich möchte das gerne aufheben. Oh mein... Haha, so de aro, so de aro. Kommt's mir nur so vor, da ist Kuro viel aufgelöster und viel... einfach viel entspannter als vorher immer. Okami, was war das denn? Ich hab's schon. So, du bist. Ich mag das, was ich als Kindes zu machen, und ich mag das. Ich mag das, oder? In der Hirata-Kurow, ich hab's gut in die Flasche in die Flasche. Ich hab's gut in die Flasche 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 in die Flasche. Ach, naja, Kuro. Weiß ich nicht, ob man als Herrscher so viel Zeit hat. Hm... 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 Und ich habe mein kinetic... Und ich habe meine Das ist ein Schuss, der sich in den Schuss auf dem Kossier-Einheit befindet. Das ist so geschrieben. Kossier... ... Das ist... ... das ist... ... das ist... ... Das ist die Kossier-Einheit. ... ... das ist das Kossier-Einheit. Äh, warte, bevor ich jetzt hier weitermache mit Kuro. Ich will erst noch mal ganz kurz zurück zum, zum Schreien und mal sehen, ob sie da ist. Emma. Und sie dann vielleicht mal dazu bringen, dass sie wieder zurück geht. Kann ich sie eigentlich hier noch belauschen? Ne, sie ist nicht da. Was ist denn diese Emma jetzt? Oh, was ist das denn? Hallerscheinungnotiz. Eine Notiz zu Erscheinungen im versunkenen Tal. Ja, ne, das hatte ich glaube ich schon, also ich weiß zumindest was ich damit anfangen kann. Komm, wir kaufen uns jetzt einfach mal. Mal gucken. Was ist denn sein? Hallerscheinungsnotiz. Eine Notiz zu Erscheinungen im versunkenen Tal. Im Unterschlupf des Wächteraffen des versunkenen Tals wurden Erscheinungen gesichtet. Böse Geister mit vielen Gesichtern. Der alte Unterschlupf des Wächteraffen befindet sich am Grund des versunkenen Tals, unweit des Nebelwaldes. Berichten zufolge kann man eine Frau in der Ferne weinen hören. Oh, ist da jetzt einfach ein neuer Boss schon wieder beim Wächteraffen? Ah, siehste mal. Hm, was nehmen wir denn jetzt? Den Fächer? Oder den Speer eventuell? Spiralnummer? Oh, dafür habe ich nicht das Zeug. Hier habe ich 2000 fehlt mir da. Also insgesamt brauche ich 2000. Ich könnte das auch mal nutzen vielleicht das Teil, aber ich möchte das eigentlich gar nicht. Was ist denn hierfür alles? Den Finger brauche ich hierfür und dann noch später Labislazuli und Knalladermantit. Na komm, ich kaufe das erstmal hier den Finger und dann können wir uns später die Axt vielleicht noch holen. Die Axt und den Wurfstellen finde ich eigentlich interessant. Oh Gott, da hätte ich die jetzt für gebraucht. Na gut. Alles klar. Gut Leute, das war's für den Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen mal wieder und nicht vergessen zu liken und zu kommentieren. Das würde mich freuen. Wir sehen uns wieder zu Sekiro. Shadows Die Twice. Macht das gut. Nix in der Kiste. Alles klar. Tschüss.